Moin Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß, es ist lange her, so knapp vier Monate, wo das letzte Video kam. Deswegen dreh ich schnell von der Arbeit aus, weil ich bin mal wieder sehr eingespannt. Deswegen gibt es heute mal ein schnelles Update wegen den 9000 Abonnenten. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei euch und nach dem Intro gibt es das kleine Gewinnspiel wie immer. Ja, was machen wir dieses Mal? Wir machen was ganz Einfaches. Ihr braucht einfach nur ein Hashtag unten in die Kommentare setzen. Und zwar Hashtag, weil Selfmade einfach sexy ist oder weil Selfmade sexy ist. Und dann wird später ausgelost. Wir haben jetzt den 13.02. Das heißt, wir machen bis zum 20.02. Und dann gibt es die Ausrunde. Dann machen wir wieder den Random Comment Picker und suchen unseren Gewinner aus. Und diesmal gibt es einen 25 Euro Gutschein von Amazon. Den haben wir für euch dann schon mal besorgt oder für denjenigen, der gewinnen wird. Und wie gesagt, einfach Hashtag unten reinsetzen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr trotz dieser langen Wartezeit auf die ganzen Videos, die jetzt kommen werden, immer noch treu bleibt. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020